Herzlich Willkommen zurück zu All Let's Play Digimon Adventure. Viel ist es nicht mehr nach der Story und ein Gast habe ich auch noch wieder dabei. Es musste so sein. Er musste doch mal kommen. Die Qual misst euch nochmal an. Ich bin mit dem Dengoku send bei Moin. Moin Moin, der Spacken mit dem vollen Mund. Ich versuche wenig zu knuspern. Und der immer seine Self-State-Tasten drückt, wenn ich dabei bin. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Ich habe die Self-State-Tasten weggemacht. Das habe ich bei dir gesehen. Das war so lustig, so im letzten Paar zu sehen. Nein! Oh, ich hätte durchdringen können. So, wir fangen jetzt an hier mit der Einführung. Einführung in den Digimon-Film. Juhu. Der ja, der ist richtig gut gemacht. Der ist eigentlich richtig gut gemacht, aber man darf den nicht ernst nehmen. Ja, total scheiße, du zeichnst. Ja, deswegen will ich die bessere Qualität hierher. Mit Zeit, ich weiß, wenn wir wieder anfingen, wie fing ihn da noch mal an. Ich weiß nur noch... Da war irgendwie Sommer und Tai war mega am Schwitzen im Zimmer und dann wurden E-Mails rumgeschickt, irgendwie mit dem Virus oder so. Ach ja, genau. Und irgendwann kam Isi rein. Aber ich fand diese Sprüche und so, die waren göttlich. Ja. Fand ich, die Mutter ist gut. Die Mutter war richtig gut. Ich und diesen gesunden Kram. Genau das ist Digimon. Wie heißt das? Genau, mit dem Virus im Internet. Da war ja was. Mhm. Wo sich er immer hochdiktiert hat. Wie auch immer. Ja, immer größer und größer geworden. Die Mutter kocht schon im Hintergrund. Sie ist... Ich sie möchtest du noch einen Saft haben. Ja, bitte. Oh, ich hab so Bauchschmerzen. Oh. Oder weißt du, wo ist sie da mit dem Melo-Maltitel für den Kuchen? Ja. Und er fragt dann so, ist das genug? Und dieser so, keine Ahnung, ich hab so einen Kuchenbanken nie mit drin. Oh, das war zu geil, ja. Oh, in dem Film gab's die erste DNA-Digitation, fällt mir grad ein. Ja, das war die erste. Wobei das eher aussah wie Power Rangers anstatt DNA-Digitation. Und was ich auch gut fand, dann hier, ähm, Saiba rumtelefoniert hat. Das war auch göttlich. Oh. Ähm, ich ver... Mit der Ober. Mit der Ober. Aber wir können jetzt ein bisschen über den Film ja reden. Das passt nämlich gerade so. Da hat er wirklich versucht, jeden anzurufen und ich weiß noch, Matt und Tickel, das war so göttlich. Dann kriegt er diese alte Oma ran und die versteht den kaum und dann sagt die so, ja. Und der Teil sagt, ja, kann ich mit denen sprechen, so, ja, ja. Und dann liegt die den Nöhrer in den Aufling auf. Das ist so geil gewesen, ey. Das war jetzt kurz eine Szene, die man gesehen hat, hast du gesehen. Und wir dürfen mit Agumon laufen, das ist aber was Neues. Uhu. Und wir müssen mal nicht mit Teilhom laufen, sondern mit, äh, mit Agumon. In der digitalen Welt. Im Internet. So sieht das Internet aus. Weiß, weiß und noch mal weiß. Mit Pferden. Genau. Und wir dürfen wieder rätseln. Wo waren wir jetzt gehen geblieben? Ich dachte, der hat versucht, jeden anzurufen. Das war so göttlich. Und den Mann, ich fand, oder auch Mimi war, Mimi war auch gut. Mimi war auch gut. Dann ruft er dabei Mimi an, dann geht der Anrufband von da ran. Weiß noch? Und der, und der, und der geht anrufen. Ah, wie ist Mimi? Ich rufe so schnell, wie es geht zurück. Und dann sagt er so, Mimi, ich. Und dann, oh nein, die arbeitet mir zu viel, wenn der Tag lang ist. Und dann kommt die, oder kommt ja die Mutter an. Da kam die Mutter ja an mit, ähm, mit dem Brief, ja. Und dann so, Mimi, ist in Urlaub, auch vorbei. Und, ach, der Brief für Sora. Ja, genau, das war mit dem Sora. Und dann so, ich sag, Teil, ja, kann mich mal. Und dann sollte, dann sollte, dann sollte, ja, ist sie anrufen bei, bei Sora. Das war auch göttlich. Göttlich. Oder wo dann Matt und T-Kate zurück angerufen haben. Das war auch göttlich. Und dann so im Hintergrund da die alten Omas und Hopp. Und die können mit, ey, ey, Computer umgehen. Ich kann gerade mal meinen DVD-Rekorder beziehen oder so. Göttlich, ey. Es war einfach nur göttlich. Absolut. Also, oder dann später, wo die Tele... Wie empfehlenswert für euch. Ja, oder, 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 wo die, ähm, wo die Telefone abgeschmiert sind. Da hat ja die, die Mutter von Tai gesagt, das kann mich, kann mich meine Schwester gerade nicht erreichen. Willst du nicht kämpfen? Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ich brauche kein Training mehr hier. Risiko als erstes anzugreifen. Okay, ich bin nicht so der Risikofreak. Eigentlich schon, aber nicht heute. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal, ähm. Hat Philipp was auf die Fresse verdient. Ach, ja. Ein Dreamteam, ihr merkt das schon. Ja, absolut. Eigentlich, eigentlich, wirst du jetzt in dem, sind die jetzt nicht gespölt. Okay, wir kommen hier schon mal weiter. Ein Speicherpunkt ist immer so was Gutes. Den kenne ich, ja. Den Film kennst du, ja. Aber da haben wir doch irgendwie eine lustige Szene verpasst. Ich glaube nicht, ne? Haben wir alle die eines? Also irgendwie ist das ja auch sehr gemischt gewesen. Zuerst war das eher so nur mit den alten Digi-Rittern. Auf einmal waren die neuen Digi-Rittern mit dabei, was ich sehr verwirrend fand dann. Und das ist ganz komisch. Oh, guck mal. Der erste Kampf. Yay. Ja, und die Fresse mit Greymon und Caputeri machen. Und du digitierst wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Würde ich. Ah, die kannst du gar nicht, ne? Also wir können hier nicht zu WarGreymon digitieren. Das ist, äh, ein bisschen schwierig. Ach ja, du kannst ja zweimal jetzt angreifen. Stimmt, ja. Zweimal angreifen? Ja, ich habe Greymon ein Item gegeben, da kann er zweimal pro Runden angreifen. Cool. Ja. Stromschlag. Wie bei Angriff sind wir eine Verteidigung? Da habe ich aber was dagegen. Oh oh. Hier, bitteschön. Gebet. Bäm. Mach mal ernsthaft? Angriff und Verteidigung maximieren? Na, wobei, du hast jetzt bei Angriff und Verteidigung ja nur plus 1. Ne, das ist plus 2. Jetzt. Aber du hast doch Minusgab. Aber insgesamt ist es plus 1, hast du schon recht. Ja, das meine ich ja. Jetzt haben wir aber 2. Yey. Oh, niedlich. Sehr, sehr niedlich. Jetzt habe ich sogar dreimal angreifen, wenn man es so nimmt, ne? Einmal, aber einmal reicht noch. Alter, 2020, nur mit dem Greymon. Deine Ernst. Heftiger Modus. Sag mal, das Spiel ist ja schon fast vorbei, ne? Was kommt danach? Danach kannst du nochmal von Neufeuern, du kannst immer wieder von Neuanfang. Das heißt, du kannst, du kannst später, wenn du das Spiel neuerfangs kannst du quasi schon zu Omnimon an, mit Omnimon anzufangen. Wie bitte? Ja. Boah, wie hieß denn das nochmal, Infermon, äh, Infermon, ne? Infermon? Infernomon. Oder Infernomon. Nein. Ja? Wie ist das denn? Irgendwas mit I. Das gab es auch bei Digmon World 2003. Ja, eben. Die Szene war auch aus dem Film. Es gibt nämlich später nochmal eine Szene. Ja, dann ist es geflüchtet, genau. Und beide sind kaputt. Ach ja, der hat jetzt nicht den Saft gegessen und einen Teil macht später den Rechner kaputt? Oder war ich irgendwie sowas? Oder war ich irgendwie sowas? Oh nie, ey. Und dann kam, äh, dann kam ein Teil zurück. Ja, jetzt ist die kam zurück, genau. Der hat ja was geholt, stimmt ja. Der hat ja was geholt. Da sind die Säfte. Und die Mutter kocht immer noch. Ja. Wie sehen wir uns noch ein paar Schluck trinken? Sonst gibt ja keine Bauchschmerzen. Ach, der versucht weiter anzurufen. Na, jetzt geht's, genau. Jetzt kommen Matt und, äh, TK. Soweit waren wir ja schon. Wir brauchen ja, wir brauchen ja, wir brauchen ja, wir brauchen ja, Matt. Richtig. Das ist es, ja. No, hat er Bauchschmerzen gehabt oder was weiß ich das tun? Ne, ja, er hat dieses Zusatzding, um über Satelliten über das Internet zu gehen. Soweit sind wir jetzt. Und das war jetzt mit dem, mit dem, jetzt funktioniert nichts mehr. Und dann, im Fernseher haben wir noch gesagt, wenn, 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 wenn sie, wenn sie, wenn sie nicht mehr jemanden erreichen, rufen sie uns. Wenn sie nicht mehr erreichen können, rufen sie uns doch bitte an. Das ist so ein Quatsch gewesen. Ohne Scheiß. Und Sora war, und Sora war ja sauer wegen der Haarspange, genau, um die Haarspange ging's. Und da sollte ja Issy anrufen. Und dann haben sie ja noch diskutiert. Ach, göttlich, ey. Dieser Film ist so göttlich. Aber auch verwirrend war der aber auch. Aber ich find so, ich find diese Filme, die, also die alten, jetzt zum Beispiel Digimon oder auch von den One Piece Filmen, die älteren, das ist, die komplette Zeichen, die, der Zeichen, die ist komplett anders als in der Serie und das find ich echt schade. Ähm, hast du jetzt schon die ganzen Charakter, oder hast du jetzt mal die Veränderung gesehen von Digimon Adventure 3? Nein. Ne, also es sind schon draus, wie die aussehen, wenn sie 17 sind, das ist schon bekannt. Echt? Ja, ich wollte, ich wollte sogar den Link mal über Skype schicken, aber du warst nie online. Willst du uns grüßen? Digimon Adventure 3? Digimon Adventure 3? Oh, geh auf, Suche, Bilder. Ansonsten.net, da musst du einfach dich durchklicken. Ah, jetzt guck mal, wer da mitkommt. Ach, du sagst, ernsthaft, du wärst... Ernsthaft, ja, ist ernsthaft. Da spielen ja auch die anderen Digiter alle mit. Echt? Sind sie schon so weit mit... Oder nicht? Ne, es spielen nur hier, äh, Time, Mad... Also ich sehe David, ich sehe Takuya, ich sehe, ähm... Das ist Digimon Fusion, da kommen sie nämlich alle nochmal vor. Also im ganzen, im ganzen neuen kommen sie alle nochmal vor, ja. Okay. Das kann ich dir sagen, aber so weit sind wir im deutschen Raum noch nicht. Ah, okay. Das ist Digimon Fusion, das ist Digimon 6. Digimon Adventure 3 ist eigentlich dann, wenn man's schränkt genommen sind, die siebte. Digimon Adventure 1, Digimon Adventure 2 ist logisch, die erste und zweite Skaffe, Thelmas war die dritte, Frontier war die vierte. Weißt du, warum Digimon Adventure 2 Digimon Adventure 2 heißt? Was jetzt? Weißt du, weißt du, warum Digimon Adventure 2 Digimon Adventure 2 heißt? Ja, ich weiß nicht. Weil es der Vorsitzende eigentlich wahrscheinlich nur ist. Das ist wieder das Unnütze, den Goku-Senpai-Wissen. Oh, Mann, ey. Ähm, das bedeutet einfach nur, dass das 2, dass 2002 die Serie rausgekommen ist. Ah. Das ist witzig, ne? Ja, und deswegen heißt Digimon World 2003, weil es 2003 rausgekommen ist, das wusste ich. Genau. Wie ein Verschluss. Total. Ja. Da müsstest du ja eigentlich Digimon Adventure 14 heißen, oder 15 eigentlich. Vom Prinzip wärst du recht, ja. Oh, Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Hat ein Katzenproblem. Nein. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Das ist auch ein Problem. Ich glaube, von da komme ich. Weil jetzt ist dieses nervige Tuskenmon, das braucht kein Mensch. Ach. Das ist doch süß. Ach, das ist ja nicht süß. Ultra, glaube ich, oder? Ultra oder Champion? Champion. Das ist ein Item, was möchte ich haben. Item geil! Item, item. Gerade du bist ein Item geil! Nein, ich doch nicht. Uh. Wow, plus 1200. Respekt. Respekt für Item. Die Flips gucken mich so an, aber ich mag nicht zu knabbern, weil ich so laut knabbern muss dann. Du armer. Äh, bin ich jetzt irgendwie... Also, ich hab die Bilder gefunden, irgendwie nur so selbstgezeichnete und so was. Okay, man schickte ich dir das einfach mal. Dann schickte ich dir das einfach mal nach, ja. Ja. Und ich, äh, ich verirr mich wieder. Und den, den, den Part mit Patermann hast du ja glimpflich überstanden, hab ich gesehen. Bist ja in keinen, die Wagermann reingelaufen. Nicht so wie du. Obwohl, ich hab, ich glaub, ich hab schon viel Game Overs hierhin bekommen. Ich hab noch gar keins. Vielleicht kommt's noch. Naja, dafür hab ich aber die Fades mit den Safe States. Ja, das verstehe ich. Ich glaub, ich geh mir ganz zurück zum Anfang, hab ich irgendwie das Gefühl. Nein, ich bin hier weiter. Ah. Die bringen richtig Erfahrungspunkte. Die bringen bis... Mega-Dramon und, ähm, Giga-Dramon. Ja, und, ähm, am meisten bringt im Dungeon Skorpion, und der bringt 13.000. Krass. Ich hatte mal drei gegenüberstehen. Okay, wir sind doch angekommen. Drei, dann hatte ich 39.000 irgendwas bekommen. Wow. Heftiger Modus. Ich hab seit unserem letzten Zocken nicht mehr, also seit unserer letzten Aufnahme bei mir, hab ich nicht mehr weiter aufnehmen können. Ach, schade. Das ist auch schon wieder zwei Wochen her, glaub ich, ne? Müsste sein. So, wen haben wir denn da? Die Aburumon. Ich bin jetzt mal gespannt, mit wem ich kämpfen kann. Oder ob mir das vorgeschrieben wird, hier mit Agumon und Gabumon. War Fatsamon auch dabei? Ja, Fatsamon war auch dabei. Okay, ich krieg schon mal Wargreymon und, äh, mit Taigaruhumon. Yay. Okay, ich darf nur mit den zwei, okay. Let's... Infirmon stand da gerade. Dann bist du so heißen. Ich denke auch. Ach, der gab auch... Der gab auch zwei Mal, okay. Ich auch. Hier, ernsthaft. Kostet 35, gleich aber um zwei Level. Hm. Das kriegst du schon. Benutz auch ein paar Items, um seine Defense runterzuhauen. Hm, ich glaub, ich hab keine mehr. Oh, nicht mehr viele. Ah, guck mal, wie viel abziehen. Ich spare gerne Items. Hm. Voll der Horta. Aber es sollte reichen. Nein, 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 nein. Oh, warum? Weißt du eigentlich, dass ich deine, äh, Videos mit Michael Kassi-Dramon und so benutzt habe, um dabei Sport zu machen? Jetzt ernsthaft? Ja. Heute war halt das, dass es in irgendeinem Part erzählt, dass du irgendwie irgendwo Sport machst und in irgendeinem Part und dir dabei in einem Video und wie 30 Minuten länger so angeguckt hast. Ja genau, das war nämlich Digimon-Part von dir und draußen war so ein scheiß Wetter, also richtig ätzendes Wetter und das ist ein Lauftag gewesen, also Cardio. Und ich hab hier noch so einen Stepper, ähm, so ein, äh, eigentlich ist das so ein, wie nennt's mal Cross-Trainer. Ja, ich hab die Stangen da abgemacht, weil ich das hasse, die Arme da reinzumachen, da immer so hin und her zu wackeln. Und, äh, dann bin ich da so drauf gestiegen und hab mir dann über, über die Playstation im YouTube angemacht und dann, ähm, deinen Digimon-Part und hab mir dann deinen Digimon-Part während des Laufens angeguckt und dann auch ein Pokémon-Part von mir, also insgesamt 40, 15 Minuten, die einfach so an mir vorbeigeflogen sind, während ich dann auf dem Stepper war und dann hab ich gedacht, ach, das ist auch gut, hast du dein Training hinter dich gebracht und gleichzeitig auch Ablenkung gab. Interessant. Supergeil. Ich hab mich schon gefragt, weil ich ihn verhalten, der sich ein mit 30 Minuten länger Das muss die Digimon-Part von dem Leben sein. Ja, aber ich kam nicht da drauf. Vor allem, weil ich euch auch wissen, was du guckst für Videos. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Vorgewirrmann, du enttäuscht mich so ein bisschen. Aber geht ziemlich langsam vor. Ja. Ich hab gedacht, du hast den Schneck's down. Nee, aber ich krieg auch keinen Zorn. Auf, äh, mit Taigeru. Hast du ja noch Zorn drauf oder hast du ja schon jemand anderen gegeben? Nee, jetzt musst du noch drauf sein. Irgendwie das Gefühl, ich bin ja gleich unterlevelt. Aber umso spannender sind die Gamble jedes Mal. Vor allem mit Level 51 unterlevelt. Wenn du da an dich denkst, ne? Ja. Du bist jetzt momentan 20? Oder 16 oder so? Ich bin jetzt bei, ja, 16. Ich muss auch unbedingt weiterspielen, ey. Bekommt man wieder Lust oder wie? Nee, also, ich muss ja ehrlich sagen, ich hab im Moment eigentlich gar keine Lust, irgendwas aufzunehmen. Aber muss, ne? Am besten, jetzt ist erstmal Urlaub. Ja, ja, ist schon ein bisschen Verpflichtung mit drin, weil wenn man schon, wenn man tausend Abonnenten hat, da ist schon die, der, das Gefühl einfach, man muss auch etwas dafür tun. Weißt du? Man kann nicht einfach auf der faulen Haut sitzen dann. Hm, kenn ich. Was aber auch ein bisschen schade ist, weil eigentlich ist das ja ein Hobby. Man soll sich ja nicht so verpflichtet daran entführen, weißt du? Der Ding war jetzt übrigens tot. Du sollst das mal wiederbeleben. In der Shopburg will man schon alleine. Meinst du? Nicht, dass du gleich wieder ein Game Over hast. Ich hab gespeichert. Den Fehler mach ich nicht mehr. Weil ich schuf das, den Fehler hab ich bei, bei, bei Piedmon nämlich gemacht. Das hat mich dann angekürzt, da durfte ich nämlich 45 Minuten nachspielen. 45 Minuten nachspielen, alter. Nicht schlecht. Wenn ich mir deine Safe-Stats manchmal gucke, dann denke ich mir auch manchmal mein Teil dabei. Wieso kriegen jetzt, wieso kriegen jetzt Centermon und Patermon auch noch Erfahrungen, wo die gar nicht dabei waren im Kampf? Naja, die waren ja drumherum, ne? Alter, man sieht echt, wo dein Fokus drauf lag. Auf wen denn? Das ist zwei. Nicht schlecht. Auf welchen denn? Ja, auf dem Argumon. Das ist jetzt hier Aboromon. Stimmt. Das erledigt ja Patermon und Tentumon auf einem Schlag. Da bleiben wir nur noch die Mega-Digimon. Genau, und dann, und dann, und dann war das mit dem Computer. Jetzt haut er so drauf. Jetzt haut er drauf. Während ich sie auf Toilette ist, glaube ich, oder? Ja, genau. Jetzt haut er drauf. Genau. Und kriegt er durch, weil. Kaputt. Oh, plötzlich. Was sind das bitte für Episodentitel? Ja, das war... Ist doch egal, passt doch. Plötzlich. Einführung. Pause. Nee, Einführung, Pause. Und dann, äh... Ich glaube, man wusste nicht so ganz, was man schreiben sollte. Aber wie du schon mal mit dem Pater jetzt gesagt hast, wir sind können froh sein, nicht zu zocken. Ach, Sora. Aber Sora hatte der andere Klamotten an. Ja, stimmt. Na gut, auf jedes... Achtet auf jedes Gännis Detail, ne? Oh, der Glitter geht wieder! Alter, den... Und... Eigentlich sind die beiden am Boden. Ja, ja. Am Boden und schweben in der Luft eigentlich so ein bisschen. Genau. So, der kam mit der Rakete doch in der letzten Sekunde, der kommt dann gleich. Ja. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und der Joey... Der kann nicht... 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 Ja. Der Joey war auch gut, wenn der den angerufen hat. Dann ist er da in der Schule drin und schreibt da wirklich die Klausuren in den Ferien. Genau, wie den Verdoppelungen kamen dann. Pro Sekunde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und die haben... Der Prozessor kam bei denen schon gar nicht mehr hinterher mit den ganzen E-Mails. Stimmt, das war ja das Ziel, dass er sich auch nicht mehr so schnell bewegen kann nachher. Deswegen sollten ja alle ganz viele E-Mails schreiben. Dass er langsamer wird. Oh. Aber die Sprüche bei dem Film waren einfach nur göttlich. Ja. Zwei Mega schaffen es nicht. Ziemlich traurig. Das war die erste DNA-Digitation, ja. Und es muss zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel passiert sein, weil der zweiten Staffel war das schon bekannt. Ja. Da kommen doch auch noch die Digita aus der zweiten Staffel nachher dazu. Ja. Uh. Waren das nicht Millionen oder Milliarden sogar schon? Alter, Föder. Ja. Ja, und wir sehen nur ein paar. Gokko Power Rangers. Gokko Power Rangers. Gokko. So komm, ich will, weil ich will Ausschnitt sind aus dem Film. Echt. So jetzt, was schön alt ist, wo die Erinnerung bei dir wieder hochkommen und bei mir. Den Film könnte ich mir immer wieder ein Griechen, den Gokki mal wieder. Das ist mit den Anime-Filmen immer so, genauso wie Yu-Gi-Oh! der Film. Kann ich mir auch tausend mal angucken und fieber immer wieder mit, wenn die Duelle da laufen. Ja. Jetzt sind sie doch jetzt, jetzt gehen sie, jetzt gehen sie, jetzt sind sie digitalisiert. Und dann die Mutter Wustenthal. Da steht neben mir, da glaube ich jetzt wie gesagt, oder? Oder sowas. Ich weiß. Ah. Oh. Oh, Greinmonmon. Ich bin hier. Talgaru, Monmon. Was ist mit dir? Wach auf. Lass uns nicht im Stich. Warum antwortet ihr mir nicht, Talgaru? So ist weiter, Matt. Schade, dass du das nicht hörst, ne? Ja, ist okay, das höre ich ja irgendwann. Obwohl, so lange dauert es nicht mehr. Spürst du ihre Hoffnung? Spürst du ihre Kraft? Ja. Ich spüre sie. Ja. Ich spüre sie. Omnimon, der königliche Ritter. Ja, genau. Leidet an Magersucht. Oh mein Gott. Da warst nur noch einer. Oh, die Musik wieder göttlich. Jetzt kommt das mit den Mates. Jetzt musst du erstmal kämpfen. Genau. Boah, wie geil mit Omnimon. Und der hat sofort die Skills von beiden. Er hat das Schwert. Also das ist das Wargerman-Schwert. Die Garuru-Kanone. Oder eine Explosion. Ich würde sagen, wir zeigen mal alle drei. Oder fangen wir oben oder nach unten. Ja, natürlich. Langsam runterarbeiten. Wer? Boah, dein Ernst? Angewuchsen, Verteilung besorgen. Na okay, Gebet macht immer noch nicht so viel Schaden. Das interessiert mich, glaube ich, als ich will, ob der meine... Jetzt die Garuru-Kanone? Ja. Das waren nur 6.000, ja. Und dann ist Adias. Garuru-Katastrophe. Jetzt kommt, glaube ich, die Stärkste-Attacke von ihm. Egal, Explosion. Erstmal viel rumgetüttelt mit dem Schwert. Alter! Ich würde sagen, die hat er gerade gewonnen. Da bleiben wir mal bei. Wie war denn das? Moment. Das ist 7, oder? Ja. 7 mal 2. Über 10.000. Betz. Alter, der hat ja gar keine Chance. Da ist man ja richtig überpowered, ehrlich gesagt. Also, wenn du bei Piratman Probleme hattest, hättest du Omni-Man am besten direkt haben müssen. Ah, weg. Alter Schwede. Das war ja ein sehr harter Kampf. Oh. Sport? Dein Ernst? SP-Unendlich? Aha. Oh, wie nice. Wie bist du die ganzen Straften? Wie geil. Mehr davon, bitte. Soll ich dir das rüber... soll ich das rüber transferieren zu dir? Moment, du hast ja gesagt, man kann das Spiel nochmal vom vorn spielen. Spielt man dann wirklich, dass man alle Items und alles so behält, wie es ist, oder... Ja. Und die Gegner sind die dann auch stärker, oder bleiben die so schwach wie am Anfang? Die sind so schwach wie immer. Ach du Scheiße, das ist ja doof. Wenn ihr wenigstens auch stärker sind. Wenn sie so anheben, meinst du, ne? So mit deinem Level noch immer höher und immer höher. Das wäre nice gewesen, ne? So, ich speicher jetzt einfach mal. Ich bin jetzt mal so kacken. Ich würde auch sagen. Ich bin jetzt einfach mal so kackenfrech. Ich bin jetzt mal so kackenfrech.